Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ungefähr an der gleichen Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Nicht zu 100%, ich muss da nochmal bis hier hinspielen. Aber das ist kein Problem, somit haben wir hier... Ja, beste Qualität am Arsch, Junge. Hier gibt's beste Qualität. Nur bei Batman Enterprises. So nennen wir jetzt einfach mal die imaginäre Firma von Batman. Also, die heißt ja eigentlich Wayne Enterprises, aber Batman braucht auch eine. Jetzt hört mal auf, mich alle zu hauen hier. Alter, jetzt werde ich spüren. Alter, jetzt raste ich jetzt. Jetzt werde ich stinkisch, mein Vater. Jetzt hör auf an dieser Kiste da. Alter, ich raste gleich aus hier. Alter, wie geht das denn? Das ist doch... Jetzt zeigt er mir sogar an, kontern, weil ich zu dumm bin, ey, zum Kontern. Das ist doch unglaublich. Jetzt hört auf damit. Alter, ich werd gleich richtig sauer. Jetzt macht doch mal Batman... Alter, ohne Spaß. Was ist denn jetzt los, ey? Ich komm grad gar nicht klar auf die Steuerung. So, was los? Du willst schlafen gehen, hab ich gehört. Du auch und du sowieso. Meine Fresse, ey. Oh, Spaß. Was ist da los? Naja, so. Viel dazu. Ach, guck mal. Wir können wieder hier, ähm... Ja, hier kann ich gar nichts freikaufen. Das ist doof. Aber ey, warte mal doch. Ich kann, glaub ich, das hier nehmen, ne? Na, komm, nehmen wir, haben wir alles. Läuft, läuft, läuft. 801. Wie viel brauchen wir? 100.000. Alter. Krass. Okay. Ähm... Wo müssen wir denn hin? Hier? Okay. Ich möchte mal ganz kurz in die Betthöhle zurück und mich mit Orphid unterhalten. Vielleicht hat er uns irgendwas Interessantes und Neues zu sagen. Auf jeden Fall bekommen wir dafür Erfahrungspunkte und die sind ja nun mal echt leicht verdient, wenn man nur einfach zu Orphid muss. Und dann mal schauen und dann machen wir die Mission weiter. Und es gibt noch so viel zu sammeln, ey. Das ist unglaublich. Echt. Muss auch alles, fast alles gemacht werden. Zumindest. Okay. So, mal schauen. Was hast du uns zu sagen, mein Freund? Hallo? Miss Gordon ist offenbar eine Gleichgesinnte. Sie könnte sich noch als nützliche Verbündete erweisen. Sie ist noch ein Kind, Orphid. Ungefähr im selben Alter, in dem sie ihre... Ich schmute wieder. Das ist nicht das Gleiche. Nein, natürlich nicht. Das kann nur einen Helden in Gotham geben. Gott bewahre, dass ein anderer ihre Vision teilen könnte. Das meinte ich nicht. Das glaube ich aber schon. 8.000 Erfahrungspunkte. Ja. 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 Klingt, als wärst du in Weihnachtsstimmen. Ich weise mich, mir von diesen Verbrechern die Nacht vermiesen zu lassen. Ich bin überrascht, dass du keine Deko aufgehängt hast. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich wollte hier keine Unordnung verursachen, aber machen Sie sich keine Sorgen, das Haus ist so festlicher. Da bin ich sicher. Hm. Was, dafür gibt es keine Erfahrung? Verdammt. Ist dieser Captain Gordon das einzige Schaf, das nicht schwarz ist? Offenbar ist dieser Captain Gordon das nicht schwarz ist. So, und jetzt wollen wir wieder weg hier. Haben wir uns angehört. Buh, buh, buh. Wir müssen jetzt hier, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das hier mache. Ohne Scheiß, ey. Wie? Komme ich da überall hin? Das muss ich mir nochmal angucken. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Kann ich das eigentlich überspringen? Erlädt. Laden. Irgendwann müsste ich es aber überspringen können. Jetzt noch nicht. Los, überspringen. Überspringen. Nein, er ist noch am Laden, verdammt. Ich will das überspringen. Ich will das überspringen. Überspringen, springen, 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 springen. Es geht nicht. Verdammt. Dann nicht. Jetzt, nein. Immer noch nicht. Na gut. Das geht einfach nicht. Los. Mach. Batman, was hast du für ein langsames Fluggerät? So. Ja, toll. Jetzt muss er laden. Hat er die ganze Zeit gerade geladen? Warum lädt er jetzt nochmal? Ist er blöd? Das ist merk. Merk. Merkwürdig. So. Ich, nein. Halt. Aus. Pfui. Batman. So geht das nicht. Oh. Ich will jetzt auf dem Weg dahin gucken, ob ich noch ein paar Sachen hier einsammeln kann oder nicht. Das wäre wohl möglich sein. Ach, guck mal. Ist der das wirklich? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Komm her. Alter, ja. Wie soll ich ihn denn kontern hier? Ich bin doch gerade voll mit dem anderen beschäftigt gewesen. So, hier. Schnauze. Meine Güter. Ha. Wo ist das Ding? Ich will das jetzt einsammeln. Ist das irgendwo hier? Nein. Hä? Hier vielleicht? Auch nicht. Vielleicht hier ganz unten. Könnte das möglich sein. Oh, was haben wir da hinten? Da hinten haben wir was zum... Ich glaube, was zum Einsammeln. So, ich müsste jetzt quasi genau davor sein. Aber hier ist irgendwie nichts. Was ist das denn da hinten? Welch ist das? Das ist nur eine Lampe oder ist das so ein Knopf zum Drücken? Hey, halt die Fresse. Ich will doch gar nichts von euch. Na gut. Aber da hinten war auf jeden Fall was. Dann muss ich erstmal hier hoch. Hier ist gerade keiner. Na, dann ist gut. So. Mal gucken. Wo geht das Ding denn hin? Was ist das hier? Aha. Okay. Ich glaube, ich muss aber auch nur den in der Mitte treffen, oder? Oh, 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 oh. Nein, irgendwie nicht. Gehört das vielleicht dazu oder nicht? Ich weiß ja nicht. Ha. Das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt leider nicht, wo genau der Schalter hingeht. Das könnte natürlich der hier sein. Aber irgendwie weiß ich. Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe jetzt einfach in die Richtung. So, zack. Ich habe mich da am Arsch. Muss ich da überhaupt lang? Nein, eigentlich nicht. Aber das ist egal. Oh, oh. Irgendwo schießen hier ein paar Leute rum. Macht aber nichts. Na, wobei. Es macht doch schon was. Jetzt macht es nichts mehr. Jetzt kann er schießen, wie er will. Als würde es uns die ganze Zeit wie... Als ob wir so ein kleiner Mongo sind, ey. Wird uns angezeigt wie... Ja, hier muss ich doch kein klein. Weißt du, weil du es fünfmal... 32mal oder so nicht geschafft hast. Das ist doch... Alter, warum? Der Batman macht es aber auch irgendwie nicht mehr so. Alter, was soll das denn? Das ist irgendwie... Mir scheint es so, als ob das Kontakant ein bisschen schwerer geworden ist. Weil... Irgendwie... Macht er es nicht einfach mehr so? Oder muss man jetzt auch noch Timing haben? Nee, 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 nee. Robert, gib ich ja wohl nicht. Weg. Weg. Mann, jetzt hört doch auf, mich mal anzugreifen. Was soll das denn? Oh, ey. Ne, geht doch. Händlich ist er weg. Wer hat dich denn hier gelassen? Wer hat dich denn hier gelassen? Deine Mutter? Was für eine doofe Frage, ey. Hätte ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, wer das war. Ja, komm. Nein. Der Arsch, der hat mich voll genatzt. Der wollte mich angreifen und dann hat er es doch nicht getan, der Pisser. Alter, ohne Spaß. Manchmal. Du, ich wollte dich schon immer mal machen. Ja, jetzt hast du die Chance. Geh zet, Junge. Geh zet. Ach, hier, komm. Weg mit euch. Mir geht mir auf die Nerven, Nerven. Wie soll ich den denn blocken, wenn ich gerade voll mit einem anderen beschäftigt bin? Das ist doch voll scheiße. So, bam, bam. Hier, zack. Du noch, komm her. Und bam. Weg mit dir, du kleiner Piss. Arsch. Kopf. So. Den haben wir es aber jetzt mal geteigt. Da hinten ist die Bank. Okay. Dann wollen wir da mal hin. Oh, was ist hier los? Ah, hier sind wieder Gegner. Oh, verdammt. Das ist vielleicht kalt. Das war es dann aber auch schon. Weg mit dir. Ich finde das Ausschalten mit den Bedranks voll geil irgendwie. Das gefällt mir. So, ich habe noch einen, was ich ausschalten könnte. So. Ah ja. So. Wollen wir den schon mal ausschalten hier? Der andere kann eh nichts machen. Komm mal her. Alter, der ist voll aus. So, jetzt ist aber mal gut mit Ausweichen hier. Meine Güte. Bam. Weg mit dir. Season Greetings. Okay. Ist das hier die Bank oder ist das nicht die Bank? Oh. Das war wahrscheinlich die Bank oder auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf dem Dach. Das ist doch auch schon mal was. Muss ich da rein? Ich vermute es mal. Na dann. Wollen wir mal. Okay. Ist irgendwie verschlossen die Tür. Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt geht doch mal noch hoch, Batman. Man hört auch die ganze Zeit da Alarm drinnen und so. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Könnte ich mir vorstellen. Müsste ich nur an Heiligabend arbeiten. Ich sollte zu Hause ein Bett legen mit einem Sandwich-Bee und meinem Mädchen. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt da in die Bank rein? Ich möchte in diese Bank. Ich habe da wichtige Geschäfte zu erledigen. Ich bin noch hier. Ich komme hier nicht rein. Die Tür ist doch zu. Oh. Hm. Wie komme ich in die Bank? Komme ich vielleicht von hier irgendwo in die Bank? Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass wir hier durch den Haupteingang in die Bank gehen. Zumal es hier irgendwie gar keinen Haupteingang gibt. Was? Halt die Fresse. Wie komme ich denn in diese verkackte Bank? Was ist das für eine scheiß Bank? Ey, die hat noch nicht mal hier einen Eingang. Ist ja unglaublich. Das ist aber nicht sehr kundenfreundlich, ne? Ist denen hoffentlich bewusst, was das da hinten ist. Achso. Da war der Madhead. Da gibt es hier irgendwie einen Eingang. Da gibt es eine Tür. Ich vermute aber, die ist zu. Wie komme ich da jetzt rein? Alter, dass ich das hier nicht kaputt machen kann. Das ist doch schon wieder ein bisschen nervig. Ohne Scheiß. Warum kann ich hier nicht einfach Glas kaputt machen? Also ich würde ja auch vermuten, man kommt eher von oben in die Bank, aber irgendwie nicht. Ohne Scheiß ist ja abgeschlossen, die Tür. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig finde. Aber wie komme ich denn sonst da rein? Mal gucken, ob hier... Wahrscheinlich... Also das wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn ich hier durch die Haupt... Mal abgeschlossen. Nein! Mach nicht sowas, Batman. Das ist unglaublich. Wie du das herausgefunden hast. Ich bin... Verblüfft bin ich. Verblüfft. Ich will da oben irgendwo hin. Warum kann ich... Alter, warum kann ich nicht da oben hin? Dann geh da hin. Also hier, an den Weihnachtsmann geht nicht, aber 50.000 Meter weiter an das Haus. Kein Problem. Hm. Tja, ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall so ein Anarchy-Dingsbums. Können wir uns mal kurz vorstellen und das scannen. So, gescannt. Ach, Objekt zu klein. So, hier. Vielleicht geht die Tür jetzt auf. Was total dämlich, dämlich und nochmals dämlich wäre. Oder wir machen einfach die Wand kaputt. Das können wir auch machen. Genau. Das muss genau hier, genau in der Mitte sein. Und das kann halt nämlich hier nicht kaputt gemacht werden. Schon klar. So, so einfach kommen wir in die Bank rein. Alles klar. Dann wollen wir mal Bankgeschäfte tätigen. So, aus. Aufknacken. Kein Problem. Machen wir. Öffne dich. Jawohl. Aha. Los. Ja, hier können wir wahrscheinlich nicht lang. Na dann. Kann man hier irgendwas machen? Dann wollen wir mal schauen. Oh. Oh, Alter. Da haben wir aber einige Waffen. Überall Leichen. Der Joker könnte immer noch hier sein. Im Tresorraum. Ich muss vorsichtig sein. Okay, die sind auf jeden Fall alle dahinter. Alles klar. Wir müssen uns ja ein bisschen vorsichtiger bewegen. Hier. Ah, dass die alle Waffen haben, ist auch nicht so gerade super. Leider kann ich die nicht alle ausschalten. Ich kann eh immer nur zwei. Das ist nicht ein bisschen blöd. Mal gucken. Oh, was ist mit denen hier? Wahrscheinlich auch tot. Ah, hier ist ein Damenpaket. Okay. Oh, what? What the fuck? Das ist auf jeden Fall Jokers Handschrift. So viel lässt sich da schon mal sagen. Hm. Jetzt kann man natürlich gucken, ob man hier schon mal ein bisschen was vorpräpariert. Für die Burschen. Oder ob man sich sagt, ne. Okay. Warte mal. Man könnte ja rein theoretisch hier. Da sitzt er noch nicht. Nee. Und der auf der anderen. Ah, da oben gibt es noch so ein Teil. Okay. Ich könnte es natürlich... Also ich kann es mal probieren, dass man sowas hier schon mal hinpackt. Super, Batman. Auf dem Boden. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Sehe ich ihn. Ja. Ja. Wunderbar. Du bist ein Künstler. Kann man gar nicht einmal sagen. So, dann wollen wir uns hier durchbegeben. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Dass wir dann über den sind. Doch, das ist schon nicht schlecht. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Jetzt muss ich die... Wir haben es natürlich nicht gehört, weil... Wie hätten sie das auch hören sollen. Zweite. Zwei Gegner würde ich so treffen. Äh, Batman. Bad, 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 bad. Warum, warum kann ich hier nicht weg? Ich will hier nicht runter. Warum geht das nicht? Ja, super, ey. Na dann. Kaputt hier. Und sieh, Sir, der Joker klingelt's da. Verdammter Hurensohn, du willst mich bestehlen und damit durchkommen? Du bist ein... toter Mann. Tot! Kannst du nicht einfach mitspielen? Ahahahahaha! 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 Du warst es die ganze Zeit. Du hast die Killer angeheuert. Du hast Sajones Bande übernommen. Streng genommen ist es jetzt meine Bande. Oder etwa nicht, Jungs? Du hast mich. Lass sie gehen. Das Leben wäre so simpel, wenn du alles wärst, was ich will. Nein, nein, nein. Du bist nur eine klitzekleine Ablenkung, verglichen mit dem, was ich noch vorhabe. Ahahaha! Hier, viel Spaß dabei. Ahahaha! Hörst du das? Ak CredITAN DOK SÄôm? Sie ist tot! Sie ist tot. Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist und das Abschalten. Ja, der Typ da. Okay, damit wissen wir, der Joker ist am Start. Auf jeden Fall cool, inszeniert alles. Aber an der Stelle beende ich mal die Folge. Wir werden uns in der nächsten Folge hoffentlich natürlich wiedersehen. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin. Haut rein, Leute! Töte die Fledermaus oder ich töte dich!